Die Sie erkennen werden, weil Sie in Utah gewesen sind. Links oben sehen Sie ein Engel mit Trompete. Ja, gut. Okay, Mormonentempel von Los Angeles. Da sehen Sie. Ist das nicht... High Century Plaza. Und da ist ein neuartiges Restaurant. Seht ihr? Das ist gut. Das ist gut. da will ich ihn nach links zum radeo Richard Gere, jawohl, das waren die zwei Hauptdarstellerinnen, die Geschichte reicher Mann gegangen vom Hotel und sie ist im Rodeo 3 bis sie einkaufen gegangen Zuerst ist sie schändlich behandelt worden, aber dann, sei ich nicht für Lederwaren, Gianfranco Ferre. Schauen Sie in diese neuartige Einkaufsstraße, die Sie eingerichtet haben. Wir lassen die Damen nicht raus. Hermes auf der linken Seite, Bali auf der rechten Seite. Bis hier ist ein kleines Hotel, Beverly Rodeo, nicht zu empfehlen. Dort wohnt zum Beispiel der O.J. Simpson, der jetzt irgendwo ganz pompös im Missionsstil gebaut, Rathaus von Beverly Hills, kommt auch, das zeigt jeder Stadtführer hier. Canyon oder in den Canyons wohnen von Los Angeles, das heißt, dass sie da sind. Sanseo Boulevard ist dafür bekannt, dass es hier auch riesige Reklameschilder gibt, hauptsächlich für die Filmindustrie, aber auch, dass es hier Musikclubs gibt. An einigen Stellen am Sunset Polo PIS, das heißt hier Sunset Plaza, und ich glaube rechts, so links wären sie so. Hotel rechts. Borow, wir werden da vorne, rechts abbiegen. 50er-Jahren, 40er-Jahren, 50er-Jahren, immer die Premieren wurden hergegeben und die Stars kamen hierher, davon haben sie gehört oder gelesen, Bilder gesehen, dort werden wir bald halten, sie können aufsteigen, Fotos waren aufgenommen. Immer, nicht jetzt, ist es ein durchschnittliches Hotel, aber schön renoviert worden, aber in den 30 sogar ihre Handtaschen im Bus lassen, das wäre vielleicht sogar besser, es gibt manchmal Taschendiebe hier, ich muss um 12 spätestens hier weiter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.